Mein Name ist Miguel Galvan. Seit 20 Jahren arbeite ich bei Yokogabo im Vertrieb. Funk-Applikationen werden heutzutage für Industrie immer wichtiger. Als Spezialist für Industrielle Kommunikation beschäftige ich mich mit der Ausarbeitung von Funk-Lösungen. Dieses Okogabo-Gebiet ist sehr langspunktvoll, da Lösungen mit ratloser Signalübertragung immer mehr in der Fokus der Automatisierung rücken. Dementsprechend wird dieses Thema auch in der Zukunft für industrielle Entscheine der Rolle spielen. Doch der sichere Aspekt ruft bei vielen Endkunden immer noch Bedenken hervor. Auch wenn die Anlagen bereits mit den modernen Technologien ausgerüstet werden, die meisten Vertriebe haben immer noch große Bedenken, dass die Safety- und Security-Konzepte von industriellen Funk-Lösungen unzureichend sind. Daher ist aus Gründen sich die Verfolgbarkeit der Produktion starb beeinträchtig. Bei Yokogabo können wir schon heute Gasdetektoren einsetzen, die explosionsgefährderten Gasgemeinschen basieren auf Kohlenwasserstoff sicher überwachen. Diese neue Wahlversuchung erlaubt anwendung können Ersile 2. Untertitelung des ZDF für funk, 2017